Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Ich bin gerade in der Praxis angekommen und irgendwie war alles so finster, draußen tröpfelt es ein bisschen und ich habe mir gedacht, ich brauche ein paar Sonnenstrahlen in meinem Körper, in meinem Geist und da ist mir eine Übung eingefallen und die würde ich sehr gerne mit dir teilen. Also wenn du magst, dann mach mit, such dir einen Ort, wo du einige Minuten, es dauert nicht lang, in Ruhe sitzen kannst und dann können wir schon los starten. Ich mache mit und mache die Übung gemeinsam mit dir. Also dann bitte ich dich jetzt deine Augen zu schließen, einige Male tief ein- und auszuatmen und deinen Geist ganz ruhig werden zu lassen, so gut es geht. Lass deine Gedanken einfach vorüberziehen, kommen und gehen, ohne sie zu bewerten. Lass sie da sein und stell dir vor, dass du sie auf eine Wolke legst und sie schweben einfach davon und dann stell dir vor, dass hinter so einer Wolke die Sonne die Sonne hervorblitzt und du hebst dein Gesicht der Sonne entgegen, spürst die warmen Sonnenstrahlen, die Wärme prickelt in deinem Gesicht, mach dein Gesicht ganz sanft und ganz warm. Du nimmst diese gelbe Sonnenstrahlen, dieses Goldgelb ganz auf, spürst, wie sie deinen ganzen Körper bedeckt, diese wärmende Sonne und dann atmest du ein durch den Mund, wenn du magst und lässt diese warme, gelbe, wunderbare Sonnenkraft durch deinen ganzen Körper bis in deinen Bauchraum strömen. Kannst du es spüren? Gold, gelbe, wunderbare Sonnenenergie strömt in deinen Körper, erfüllt jede Zelle, jede Nervenbahn, alle Synapsen, jedes Organ, deinen ganzen physischen Körper, und auch deinen ätherischen Körper. Sonnenlicht, sonnengelb, durchflutet dich. Es ist so schön, diese Strahlen zu spüren, von außen, von innen, goldgelbes Sonnenlicht in dir und um dich herum. Atme dieses Sonnenlicht ein und aus, ein und aus. Spür, wie es immer stärker wird in dir und um dich herum. Und dich die Kraft der Sonnenenergie von innen und von außen sanft und liebevoll berührt. Ist das nicht schön? Mir hat diese Übung ein Lächeln jetzt ins Gesicht gezaubert. Vielleicht magst du dieses Lächeln auch spüren, auch wahrnehmen, wie es ist, wenn dir die Sonne ein Lächeln ins Gesicht zaubert und du so in diese Woche gehst. Ja, vollgeladen mit dieser Sonnenenergie wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ja, ich freue mich, wenn wir uns hier immer wieder mal sehen und freue mich, wenn du dieses Video teilst und deinen Freunden einfach auch weiterschickst, damit sie es auch machen können. Und ja, hab eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.